Hallo und herzlich Willkommen in meinem Musikzimmer unserer heutigen Musikstunde. Wir spielen das Lied, eine kleine Geige möchte ich haben, heute in G-Dur, in der G-Grundstellung. Wer mitmachen möchte, kommt her an die Tasten. Wir spielen G-A-H-C-D. Der Text heißt, eine kleine Geige möchte ich haben. Eine kleine Geige hätt' ich gern. Happy playing!